ich habe gesehen wo du stehst schön für dich du achten jetzt pass mal auf weiter was ich meine ich doch nicht mehr da meine ich doch ich hab was blühten die hinsen denn es ist er da einfach nicht mehr schütten zu schnitzenden er hätte dann liegt schon wieder ja und kann man vorkommen hat man ein bisschen lasse diesmal nicht alter keine zweimal was war das denn was habe ich noch mit pistol alter ich habe erst gedacht du bist schon weiter ich habe schon wieder so eine komische animation bei mir bei mir ist alles schneller schon wieder das nachladen klick 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 fertig ja muss ich ja nur warten eigentlich sei denn reich überrascht mich aber na kann man vorkommen hat sich dann nicht gesehen damit war doch zu rechnen ich bin nicht weiter gelaufen jetzt habe ich den spawn verkackt glaube ich das versteckt und habe ich einfach schon prüfeuer gemacht und es nicht mal hier ich habe hier schon wieder versucht die mit um die Ecke zu gucken alter du kleiner Gammler schimmles Gammler schimmles Gammler aber wir haben die beiden diese Runde laufen hallo hier habe ich fast gewartet äh die kleine Eckenrohne ja du bist aber äh ich bin gerade gespawren was ist denn hier los heute vergessen nachzuladen äh schön im Container abschimmeln äh gut 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 der ist schon rum so langsam war ich doch gar nicht alter pass auf ich liege hier äh hallo da hat eine Container Du kleiner Assi, Alter. Du musst mit meinen Taktik mal freuen. Oh, was war das? Achso. Du hast die selbe Scheiße mit mir gemacht. Ja, gut, gut, gut. Boah, du kleiner Assi, Alter. Kann ich mal vorkommen, einfach mal ein bisschen nach sich. Treppe! Hat mal ein bisschen nach sich, ja? Kann ich mal vorkommen. Kann ich mal passieren. Es ist Bombenwetter gewesen. Na. Ja. Junge. So. Überraschung. Äh, kleine Pimmel, Alter. Ne, ich hab dich ganz woanders vermutet, aber okay. Der Fick, wir schon einfach schießen, Alter. Moin. Moin. Boah, schon wieder, Alter. Die ist auch so schnell leer mit ihren 20 Schuss hier. Tja, ich hab 27. Äh, 37 drinne. 37. Na ja, was für ne Waffe spielst du? Könnte nachher sagen. Pass auf! Frage! Oh, ey! Was passiert? Fick dich einfach! Ja, was soll ich da auch machen? Sobald du es klinken hörst, Alter, brauchst du nichts mehr machen, Alter. In dem Spiel lässt du es nicht hier einfach schnell mal hinlegen. Nee. Aber, ich finde dich nicht. Auf dieser kleinen Map. Das hört sich echt gut an mit dem Headset. Ja. Aber gleich hinterher, Alter. Bam! Alter, da hast du es. Da hast du es. Oh. Ja, sowas klappt keine zwei Mal. Das ist. Du bist doch eben der Sohn losgelaufen. Ich dachte, du bist schon die Zeit am Laufen. Ich dachte, du stehst oben beim Jeep, Alter. Komm, gönn wir ja auch noch rein, ja? Ja. Oh, gerade rum. Nee, alles gut. Ich fahr ganz normal beim Laufen. Aber, Reiki. He.